Mitten im Erzgebirge befindet sich das Restaurant und Hotel Köhlerhütte in Waschleite. Hier an einem der schönsten Orte des Mittelgebirges kann der Ausflugsgast die herrliche und liebliche Landschaft des westlichen Erzgebirges genießen. Doch nicht nur das, denn im Restaurant und Hotel Köhlerhütte gibt es auch die kulinarischen Spezialitäten der Region. Zudem bietet die Köhlerhütte 18 Doppelzimmer mit der Möglichkeit zum Aufbetten an. Wir bieten sogenannte Apartment-Suiten, wo also bis zu vier Personen drin schlafen können und wir bieten als besonders Highlight eine Hochzeitssuite mit einem Himmelbett. Der Gast fühlt sich in den Zimmern rundum wohl, egal für welches er sich entscheidet. Durch die Kombination von mehreren Räumen sind hier auch Familienfeierlichkeiten für bis zu 100 Personen möglich, natürlich auch mit Übernachtungsmöglichkeiten fernab von Straßenlärm. Aber auch für Tagungen ist hier der ideale Platz. Gleich zwei Räume stehen dafür zur Verfügung. Ein Raum, der bis 15 Personen geht, unser Studierstübel. Und auch diesen Prinzensaal, wo wir jetzt drin stehen, kann man umbauen zum Tagungsraum bis zu 60 Personen. An die Entspannung der Hotel- und Tagungsgäste ist auch gedacht. So gibt es im Wellnessbereich zwei Saunen mit Ruheraum und ein Solarium. Wen es nach draußen treibt, der kann im wunderschönen Biergarten Platz nehmen. Unser Biergarten ist einer der schönsten mit dem Erzgebirge. Auch nur wenige Autominuten von Chemnitz entfernt, wo man sich also wirklich richtig entspannen kann und auch die besondere historische Atmosphäre genießen kann. Natürlich warten auf die Gäste nicht nur im Biergarten zahlreiche Programmhöhepunkte. So zum Beispiel an Christjimmelfahrt und zu Pfingsten. Gerade Pfingsten sind die Hotzenbossen am Pfingstsonntag bei uns und Pölbachmusikanten am Pfingstmontag. Zum Kindertag dürfen sich die Kleinen auch in diesem Jahr wieder auf ein großes Fest freuen. Diesmal gibt es Spiele für Prinzessinnen und Ritter.